Achso, ja. Ja, mach ich. Halten wir ja schon. Feltried, whatever. Geben wir mal eine Bar. Genau. Bitte. Wenn du mehr zerstörst, desto mehr verdienst du. Awesome. Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte... Kennen wir schon. So viel cooler Gangster. Pass auf der... Ja. Spiel starten. Ey, das verzögert sich ja voll. Was ist denn das für eine Kacke? Erneut versuchen. Äh? Da war. Erneut versuchen. Der leckt vor, da spiele ich nicht. Das ist doof. Sprichspiel. Lass mich raten, du willst Kartenspiel. Hallo Fremder. Nein, möchte ich nicht. Hallo Richard. Ja, sicher. Okay. So siehst du auch aus, du Muschel. Warte ich. Bitte. Ich bin nicht dein Sohn, oh Schwach. Entschuldigung. Bitte. Äh. Gewitter. Schnecke. Ach so. Check ich. Einfach weg, ja. Möchten Sie sich hier ein wenig umziehen? Ja, Koffer. Wie ergibt es ausschließlich Spitzenqualität? Awesome. Munition. Pistolen Munition. Was ist das hier? Splitter Munition. Für Siedlerpistole. Fatboys. Die ist richtig gut, die Munition. Da holen wir uns mal ein bisschen weit von. So, Schrotpatronen könnten wir glaube ich auch immer mal gebrauchen, ne? Machen wir mal so 100 raus. Was ist das hier? Nein. Ja, aber das ist doch für unser leichtes Maschinengewehr, ne? Dann machen wir auch mal ein bisschen was voll hier. So, was haben wir hier? Pfeile für die Armbrust. Und Raketen. Okay, dann haben wir erstmal... Was haben wir denn hier noch alles? Bauplan. Fat Mammoth. Äh, ja. Aber hier. Wingdinger, die waren irgendwie komisch. Selbstschussanlage, das hört sich doch nice an. Gucken wir mal. Ja, bittesillen. Äh, bittesillen. Bittesillen. Dat können wir bauen, weil das ist nur eine Selbstschussanlage. Die bauen wir. Alles bauen. Joa, die bauen wir auch mal, ne? Ne, da können wir nicht bauen. Dat können wir auch nicht bauen. Dat können wir auch nicht bauen. So, check ich. Nein, zurück, zurück. Hier, verlassen. So. Awesome. Was machen wir jetzt noch? Jetzt wollten wir hier... Wir wollten hier, äh, Rennen fahren müssen, ne? Jawohl. Hi, Schnecke. Echt? Sag mal, ja. Äh, der ist ja scheiße. Warum können wir uns die denn jetzt auf einmal leisten? Na, get linkern. Ja. Mit tödlichen Klingen. Ich denke auch. Schauen wir mal. Ja. Ja, bis gestern. Komm her, ich schätze gern. Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? Ja. Geh Erfolg. Bitte sehr. So, jetzt geht's also an Sponsorenrennen. Das können wir so richtig absahnen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Keine Ahnung. Hm. Was hat da meine Klinge... Oh, Mann. Da gefällt mir der Red Rod aber besser, ne? Oh, der ist fix hier, der Klinge. Jippa. Whatever ich da grad gemacht hab. So ein bisschen Super Mario-mäßig aus. Also hier Mario-Karten-mäßig meine ich jetzt, ne? Whatever, passt schon. Und jetzt hier noch, ich war kürzer und schöner Dann jetzt mit ein bisschen Turbo hier über das Ding Jippa Schön, schön, schön Passt das ja jetzt mittlerweile, dass wir jetzt hier da drin natürlich für uns entscheiden können Gefällt mir eigentlich ganz gut Und wir räumen ab BAM Papa wins, würde ich sagen Dementsprechend weiter Weiter Jetzt haben wir die dicke Monster Muschi Karre hier Wahrscheinlich richtig mit Absahen mit der Karre dann Abgeschlossen Ich denke auch Eww, jetzt sind wir hier Was ist jetzt mit unserem Caprino hier, was kann der Caprino, was kann der Was ist das? Hongshams, ja, Patrouillen Zertrümmer dieses Kühler-Grill-feindliche Fahrzeuge in kleine Stücke Okay Panzer rum Ich denke, das ist ganz gut hier mit dem Zertrümmer, das wird sich auch lecker, ne? Ja Was haben wir denn, können wir jetzt noch gerne mit dem Caprino fahren? Zertrümmer, das können wir ja schon mal machen, das können wir mit dem Red Rod fahren, mit den Dünenjäger, dann nehmen wir den Red Rod Jippa Das ist die 8 Annehmen Sammle diese Kisten auf, um Ziel Suchraketen Hm, okay Also hier ist jetzt scheinbar richtig Krieg im Gelände Oh, das ist aber ganz schön hier, hell und jetzt fängt er gerade auf Oh, das ist jetzt so ein bisschen actionreicher, würd ich sagen Oh, da hattet wohl den Jungen hinter mir erwischt, gut Ich denke, das ist durchaus akzeptabel, ne? Nie abstürzen, Junge Ich finde, wohl ist das uncool, wenn du jetzt abstürzt Ah, geht weiter, alles klar, gut Raketen Nehmen wir mit Uh Ah, fahr mal vor Jippa Abgeräumt, Ladies Noch ne Runde, okay Langsam wird knapp hier, würd ich sagen Aber irgendwie sind die Jungs auch nicht mehr so schießflütig, von daher geht's wohl Problem solved, würd ich sagen Und dann haben wir da auch hinter uns Win Eine Win-Win-Situation, zumindest für mich So Und weiter Ich will jetzt trotzdem mal gerne mit diesem Caprino oder wie das Ding heißt Ne Runde verdrehen, das wäre durchaus mal lecker Toh, wenn es nicht so sch Après es gibt auch das Ding heißt, das wäre doch Ah, das wäre doch Wobei 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 Wobei